Jo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Methode zeigen, wie ihr Luftfahrzeuge direkt neben euch spawnen lassen könnt. Im letzten Video habe ich euch auch eine Version gezeigt, da braucht ihr allerdings eine Korsatka für. Und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall noch eine weitere Version für die Leute, die jetzt keine Korsatka haben. Ja, ihr müsst euch dafür einfach nur als CEO registrieren, das müsste eigentlich auch jeder hinkriegen. Und ihr braucht irgendein CEO Fahrzeug, müsst ihr euch dann anfordern. Ja, wäre natürlich zum Vorteil, wenn ihr irgendeines schon habt, das dann gratis ist. Welches Fahrzeug ihr davon benutzt aus der Liste, das ist auch wirklich völlig egal. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch dann das Flugzeug, was ihr euch anfordern wollt. Ja, ihr registriert euch einfach als CEO, dann geht ihr einfach auf Fahrzeuge und dann geht ihr auf Luftfahrzeuge und dann müsst ihr euch einfach nur das Luftfahrzeug einfach anfordern, was ihr haben wollt. Also ich fordere mir jetzt das Luftfahrzeug an, gehe dann sofort auf CEO, auf CEO Fahrzeuge und dann einfach irgendein CEO Fahrzeug anfordern. Und ihr werdet sehen, das CEO Fahrzeug wird jetzt ankommen und ein paar Sekunden später wird dann jetzt auch das Luftfahrzeug hier neben uns bauen. Und ja, das könnt ihr auch mit jedem Luftfahrzeug machen, ist auf jeden Fall wirklich perfekt für alle Triharder unter euch. Ja, Leute, ich hoffe, dass kleine und feine Videos hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.